Dunkelkreuze. Warte mal, ich mach mal das Licht. Ist das jetzt schon besser? KSP ist am Start. Meine Facecam ist ein bisschen durchsichtig. Aber ich hab jetzt endlich geschafft, den Kommentar wegzumachen. Jetzt sieht man halt meine Facecam. Ist halt ein bisschen durchsichtig und nicht so in guter Qualität. Aber ich sehe nicht mehr so einen riesenroten Balken. So einen schwarzen. Ich versuche jetzt eine neue Rakete zu bauen. Das dauert ja immer ein bisschen. Und ich bin im Kreativmodus, nicht im Karriermodus. weil ich noch relativ neu bin. Jetzt fies klären. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. Bei einem Jahr gespielt angeblich. Wenn ich jetzt wieder dieses Teil habe... Ich versuche ein neues zu machen. Ich muss halt wieder schauen. Ich versuche ein neues zu machen. Ich versuche ein neues zu machen. Ich versuche ein neues zu machen. Ich nehme jetzt einfach mal so ein Stabilisator. Ich nehme die Landingsschule. Ich platziere sie so. Wichtig. Und jetzt kann man halt wie immer die einfahren. Ja. Wie immer halt. Wie immer. Wie immer. Wie immer. Wie immer. Wie immer. Wie immer. Jetzt noch so ein Ding und jetzt Coupling, 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 die Coupler. Es ist halt so schwer, immer einen normalen Coupler zu finden. Das ist auch einer. Und jetzt kann man eigentlich Fuel Tanks... ... 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